äh, kann ich reisen? Jo, was geht ab, Leute? Wir haben viertel vor fünf. Ich halte gerade zum Flughafen und hab bis gestern um zwei noch mein Koffer gepackt. Ich hab mich mal dazu entschlossen, ein bisschen zu blocken, wenn ich Zeit hab. Lasst euch einfach überraschen. Ciao. Ich hab mich mal dazu entschlossen. Schäu-schäu-schäu-schäu-schäu-schäu-schäu. Ja, ja, ja! Das war's. So, mega geil. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 You suck! Meine Schuhe sind nicht so hart, das war ein Fehler Du liegst auch gleich unten Ich muss eine Sekunde durchschnaufen Ich dachte noch so, oh jetzt habe ich angehalten Kommt ein bisschen in Fahrt Plötzlich Abflug Oh! 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 Das ist schon schwer Vielen Dank. Oh, was das noch? Ich komme jetzt an! Was? 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 Oh! Das ist doch geil. Das ist doch geil. Das war's. Geile Mucke auf jeden Fall. Amen.